Musik Ja, hallo wieder aus dem Movie Online Studio von Entertain Market, Ihrer Company für professionelles Videomarketing. Aufgrund umfangreicher Anfragen werden wir uns in den kommenden Beiträgen einmal mit dem Thema Verpackungen für Offline-Medien beschäftigen. Offline-Medien sind zum Beispiel die CD, die DVD oder auch die Blu-ray-Disc. Natürlich gibt es auch andere Offline-Medien, wie zum Beispiel den USB-Stick oder die Flash-Speichermedien, aber auf die werden wir in anderen Beiträgen näher eingehen. Die Möglichkeiten, eine CD effektiv zu verpacken und auf ein Projekt abzustimmen, sind heute schier unbegrenzt. Was jedoch noch dramatischer ist, sind die Begriffsvielfalten. Denn welche Begriffe stehen für welches Produkt? Viele unserer Kunden wissen gar nicht, was ist eigentlich zum Beispiel eine klassische Papierfenstertasche. Was ist eine Papierfenstertasche mit Klarsichtfenster? Was ist ein Digipack? Was ist ein Digipack im CD-Format oder im DVD-Format? Was ist eine Emery-Box? Was ist ein Pappschuber? Was ist eine O-Card? Was ist ein Papersleeve? Das sind alles Begriffe, die wir Ihnen in diesem Tutorial oder in diesen Tutorials einmal näher bringen wollen. Schauen wir uns die Produkte doch einmal an und entscheiden Sie selbst, welches Produkt vielleicht für Ihr Videomarketing das passende ist. In diesem Videobeitrag werden wir uns jetzt einmal mit der Papierfenstertasche oder der Papierfenstertasche im Klarsichtfenster beschäftigen. Was ist das? Die Papierfenstertasche ist eine Verpackung, die sich ideal eignet für den Massenversand. Oder als Beilage zum Beispiel in Magazinen, sprich wenn Sie Ihre Videos über einen Verlag, über ein Magazin an Ihre Zielgruppen verbreiten möchten. Wie sieht aber so eine Papierfenstertasche aus? Ich habe da mal was vorbereitet. Ein Exemplar, was Ihnen eine Papierfenstertasche mit einer CD oder auch einer DVD zeigt. Es ist sehr schmal, sehr flach und mit einem Gewicht von nur 20 Gramm ideal, also inklusive Verpackung und der Scheibe selbst, ideal für den Massenversand. Die Papierfenstertasche gibt es in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten. Einmal, wie hier dargestellt, mit Klarsichtfenster. Das bedeutet, dass das Label, was für Sie auf die DVD oder auf die CD gedruckt wird, durchscheint und von vornherein sichtbar ist. Die andere Alternative ist die vollflächige, sprich die geschlossene Papierfenstertasche. Sie beinhaltet halt nicht die Funktion oder die Möglichkeit, das Label zu sehen, sondern bietet einen kompletten Sichtschutz. Das Tolle bei der Papierfenstertasche ist aber auch, dass es sich hierbei um einen reinen Centartikel handelt. Das heißt, neben den Kosten für die eigentliche CD oder DVD-Herstellung, Replikation, Duplikation oder Pressung, sind die Nebenkosten wirklich sehr, sehr, sehr gering. Ein weiterer Aspekt, der für die Papierfenstertasche spricht, ist, dass sie sowohl für kleinere Auflagen als auch für Großserien geeignet ist. In kleineren Auflagen wird die Papierfenstertasche mit ihrem rückseitigen Klebebund in der Regel manuell konfektioniert, währenddessen, wenn Sie größere Auflagen herstellen lassen über ein DVD-Presswerk oder ein CD-Presswerk, Sie diese Funktion maschinell erfüllen. Das heißt, die Konfektionierung passiert hier in Großserien. Das ist ein sehr, sehr schneller, maschineller Lauf. Also auch so können Projekte sehr, sehr schnell in die Verbreitung gehen. Übrigens, haben Sie schon was von VKF-Promotion gehört? VKF-Promotion sind nichts anderes als verkaufsfördernde Maßnahmen, die dazu führen, sehr schnell und effektiv neue Zielgruppen zu analysieren oder diese Zielgruppen auch direkt anzusprechen. Denn nichts anderes machen zum Beispiel Unternehmen, die über Fachmagazine genau mit dieser Verpackungsform neue Zielgruppen analysieren und ansprechen. Ist Ihre CD oder DVD erst einmal in die Papierfenstertasche konfektioniert, stehen Ihnen alle Möglichkeiten der Verteilung offen. Ob es über Ihre allgemeine Korrespondenz mit Ihren Kunden ist oder ob Sie es ebenfalls über Fachmagazine mal versuchen möchten. Die Preise für solche Magazine, die erfahren Sie direkt über die Verlage. Die Verlage haben dann Stückzahl orientiert, das heißt je nachdem, wie viel Stück Ihre Magazine draußen vertrieben werden, auch unterschiedliche Preise. Also da bitte einfach mal schauen, mit den Verlagen sprechen und auch gegebenenfalls verhandeln. Für weitere Informationen, Tipps und Ratschläge zu diesem Produkt finden Sie unter diesem Video jetzt einen Link, der Sie direkt zu näheren Informationen führt. Sprich, was kostet zum Beispiel dieses Produkt? In welcher Stückzahl ist es verfügbar oder ab welcher Menge überhaupt produzierbar? Was kosten Großauflagen und wie schnell sind diese Sachen auch produziert? Andererseits finden Sie aber auch weiterführend einen Link, der Sie zur Druckspezifikation führt. Das bedeutet, wie Sie Ihre Druckdatei zum Beispiel für das DVD-Label aufbauen müssen, damit es später durch die Druckvorstufe auch umgesetzt werden kann, sprich auf Ihre CD, auf Ihre DVD aufgebracht werden kann. So, wir von Movi Online hoffen, dass wir Ihnen mit diesem kleinen Beitrag etwas Licht in den Dschungel der Offline-Medien-Verpackungen bringen konnten. Haben Sie aber jetzt noch Fragen, die in diesem Beitrag nicht beantwortet wurden, scheuen Sie sich bitte nicht. Sprechen Sie uns unter der Rufnummer, die hier eingeblendet ist, einfach kurz an. In einem persönlichen Gespräch lässt sich vieles sehr, sehr schnell klären. Ein Tipp an dieser Stelle. In unseren über 15 Jahren Videoproduktion und Videomarketing konnten wir natürlich in Hunderten von Projekten Erfahrungen sammeln, welche Projekte mit welchen Verpackungsformen am besten zusammenpassen. Also nutzen Sie unsere Erfahrung und sprechen Sie uns ruhig einfach mal an. Das persönliche Gespräch hat sich oftmals bezahlt gemacht. Wir freuen uns schon mal darauf. Wir stellen Ihnen dann über Entertain Market auch gerne mal ein adäquates Musterpaket zur Verfügung, dass Sie vor Ort dann, wie gesagt, auch selber mal die Produkte selber anfassen können, erleben können, das Druckbild sehen können und selber entscheiden können natürlich, was passt am besten zu unserem Produkt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein von mir. Herzlichen Dank aus der Redaktion. Und wir freuen uns auf Sie in den nächsten Videobeiträgen. In diesem Sinne, viel Erfolg mit Ihrem Videomarketing. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020